Corona hat die Welt verändert. Wir waren die Ersten, die unseren Beruf nicht mehr ausüben konnten. Wir werden die Letzten sein, die zur Normalität zurückkehren. Doch wir setzen ein Zeichen. Und wir halten zusammen. Wir sind Künstler, Musiker, Kulturschaffende, Förderer, Vertreter des Brauchtums, Veranstalter und kreative Köpfe in unserer Stadt. Wir sind Corinna. Deine Kulturoffensive in Mönchengladbach. Corinna. Eine Kampfansage, ein Bekenntnis, ein Hoffnungsschimmer. Ich bin Corinna. Bist du es auch?